gut aber jetzt mal zu einem thema das mich betrifft gucken wir uns mal die werbung jetzt an hier werden das ist ein bisschen hack gönnen dem guten news schwein guck mal 16 auf trend sogar krank so ich poste jetzt mit den link in den chat da könnt ihr gerne mal dann später dass die kommentare mit verfolgen und dort mal ein bisschen vielleicht mitreden sehr interessant was für kommentare hier zum beispiel abgelassen wurden ich will über das thema jetzt mal ein bisschen länger sprechen doch mal die ganze geschichte mit dem pfefferspray was da passiert ist noch mal erzählen ich habe nämlich kein interesse dafür ein eigenes komplettes video zu machen das ist einfach nicht so mein stil das video heißt max alles mit pfefferspray angegriffen dokumentarfilm lord of the toys anscheinend war es sehr wichtig zu der pfefferspray news direkt noch das mit dem lord of the toys film zuzufügen obwohl ich da den inhaltlichen teil dieses videos für sehr mangelhaft achten muss werde ich euch gleich noch mal erzählen wenn ich jetzt darauf reagte gut dann gucken wir uns das mal ein organisatorischer hinweis die zweite folge von unserem trash time podcast also im podcast zwischen trash pack und mir ist nun auch online der link unten in der video beschreibung und nun geht's ab in die news so mein mein der youtuber max adlasson welcher zuletzt durch den dokumentarfilm lord of the toys für einen aufschreiten der kulturszene sorgte statt heute vor gericht aber nicht als angeklagter sondern als geschädigter im sommer 2017 wurde der youtuber max herzberg opfer eines pfefferspray angriff als er soll mit kollegen aus der neustadt gekommen sein und bei der st petersburger haltestelle mit der bahn dann gehalten haben und diese bahn auch verlassen haben und dazu hat dann max adlasson auch noch folgendes gesagt zitat zwei dunkel bekleidete typen stiegen mit aus kamen mir nach ich dachte nichts dabei einer pfiff ich drehte mich um und hatte sofort eine ladung pfefferspray im gesicht seine vermutung hierzu zitat ich bin eine person des öffentlichen lebens bei den linken werde ich als rechter eingestuft weil ich mich nicht klar genug distanziere der angreifer war ein gewisser tom l dieser stand nun auch vor gericht er ist 31 jahre alt nun war also das verfahren gegen tom l die staatsanwaltschaft hat eine gefängnisstrafe gefordert zitat von der staatsanwaltschaft sie handelten aus politisch ideologischen gründen sie haben eine feste negative grundhaltung gegenüber der unversehrtheit anderer was kann man zu max adlasson selber gut das sind jetzt alle worte die er zu der strafe gefunden hat obwohl eigentlich zu dem zeitpunkt dieses videos schon öffentlich war was für eine strafe gab also der der eine von den beiden tätern sozusagen hat 100 arbeitsstunden bekommen und ein jahr auf bewährung also für diese gefährliche körperverletzung in diesem fall ja ich mich man muss es immer differenziert betrachten es ist eine harte strafe 100 arbeitsstunden ist viel das ist eine menge also da muss man mal so rechnen man darf meistens gibt es immer acht stunden 100 100 durch acht stunden 100 durch 8 12,5 arbeitstage sind das also komplette arbeitstage es ist schon viel das ist eine zeit die man erstmal haben muss und dann noch ein jahr auf bewährung auf bewährung sein heißt wenn man irgendwelchen mist baut oder gegen gesetze verstößt dann geht es in den bau so ungefähr um es mal kurz zu fassen das ist schon eine harte strafe weil ich jetzt viel gehört habe dass die strafe zu mild ist aber es ist schon angemessen ich bin jetzt nicht unzufrieden damit man muss nicht mal gleich übertreiben und sagen hier der muss im bau schmoren den meisten menschen ist immer gar nicht bewusst was für eine harte strafe eigentlich eine gefängnisstrafe ist aber es ist auf jeden fall zu einer ziemlich harten strafe gekommen in diesem fall so dann hat er gesagt dann hat er halt nicht erwähnt was gekommen ist finde ich jetzt ein bisschen mager ich hatte auch jetzt nichts dazu verlinkt das fand ich ein bisschen ein bisschen sehr dürftig gucken jetzt direkt mal gegen den artikeln ich war in der hier das ist der eine bei tag 24 beziehungsweise morgen post ich habe sie schon an meiner wand hinten hängen in der morgen post ausgabe steht das übrigens noch mit 2400 abonnenten da steht dass ich 2400 abonnenten habe das finde ich auch sehr amüsant und dann gibt es noch hier von der sächsischen zeitung also sächsische.de pepperspray angriff auf youtube das bild alter wo ich hier ohne schuhe im treppenhaus stehe was soll denn das ja diesen beiden artikeln werde ich mich gleich widmen ähm ja hören wir uns das jetzt mal weiter an einfach sagen also max atlasson ist ein durchaus interessanter charakter er ist auch ein umstrittener charakter es gab ja auch diesen dokumentarfilm eingangs erwähnt lord of the toys hier der wurde eher auch im kleineren kreis immer wieder aufgeführt er ist noch nicht zu haben man kann ihn noch nicht sehen weil es anscheinend auch keine größeren abnehmer bisher hierzu gab also es soll das ganze womöglich in diesem jahr noch auf dvd geben ähm die große frage das ist so nicht richtig ähm der film wird wahrscheinlich in sehr vielen programmkinos also das sind jetzt nicht solche kommerzkinos wie uci oder ich kenne jetzt keine großen kinoketten so vom namen her aber äh eher so kleineren äh kinos aufgeführt werden und das deutschlandweit aber genaueres weiß ich noch nicht dauert halt bis man das erfährt aber auf dvd kommen würde er so schnell nicht also wenn das überhaupt passiert worüber man sicherlich diskutieren kann ob so etwas auch im öffentlich-rechtlichen rundfunk zum beispiel ausgestrahlt werden sollte also dass das äh dass dieser film nicht im fernsehen laufen wird nicht bei youtube oder ähnlichen öffentlichen plattformen zugänglich sein wird das steht fest ob sowas zum beispiel mal auf amazon prime landet ist möglich aber unwahrscheinlich das ganze wird in jedem fall kontrovers behandelt weil dieser dokumentarfilm also da hat ein kamerateam max adlersson über mehrere monate hinweg begleitet und dieser ganze dokumentarfilm ist unkommentiert so und hier kann man sich natürlich vor das ist das wesen einer doku in diesem fall und das ist ja vorstellen dass dann die sendechefs sagen ah das könnte ein bisschen zu kritisch werden aber grundsätzlich äh kann man hier sicherlich auch den eindruck haben dass man so etwas auch ausstrahlen kann man könnte ja im anschluss vielleicht auch eine diskussionsrunde bei maybrit illner oder so machen wo man über dieses thema redet weil ich könnte euch das vorstellen dass ich mal im fernsehen in so einer diskussionsrunde drehen würde man mich wahrscheinlich nicht ausreden lassen da sitzt dann dort einer von den grünen ich sag mal ein ausländer dann irgendeine frau die irgendwas dafür hat so eine studentin so ungefähr und dann irgendeiner von der filmakademie die dann im prinzip alles instanzen sind die andere ansichten vertreten in jeder hinsicht und ich stelle dann so diesen rechten dummen ossi dar der sich dann alles anhören darf großes interesse an sowas teilzuhaben ist nicht wirklich hier sieht man halt ganz genau wie sich halt diese jungen leute auch um max adlersson selber entwickeln und sie sind ja auch alle schlussendlich das resultat ihrer umwelt worüber man sicherlich auch sehr gut kontrovers diskutieren kann ob das ganze in irgendeine politische richtung geht oder ob das irgendwie so eine feiermentalität ist also in jedem fall gibt es viele menschen die sich für diese dokumentation interessieren die diese gerne sehen würden und das thema oder die dokumentation oder dokumentarfilm der wurde kontrovers in der szene diskutiert der letzte stand den ich habe dass das ganze womöglich in diesem jahr noch auf dvd rauskommen soll weil ich davon ausgehe dass da viele nachfragen werden wie es da der stand wie da der stand der dinge ist so viel dazu und ich bedanke mich für jegliche form der aufmerksamkeit ich wünsche euch noch einen wunderbaren morgen mittag oder abend bewertet ruhig das video bis zum nächsten mal gehabt euch wohl euer herr news time wunderschön ja wie gesagt das mit der dvd das ist jetzt halt gemutmaßt in diesem fall du bist aber nicht rechts oder? nö dann kam aber noch eine andere frage hier max klage auf schmerzensgeld zivilrecht du hast nun ein urteil könnte klappen wo nichts zu holen ist versuche ich auch gar nicht erst was zu holen die gespräche habe ich schon mit fachkundigen menschen geführt das lohnt sich nicht die anwaltskosten wären unter dem strich höher als das was man demjenigen dann nehmen könnte in diesem fall so ok aber bitte jetzt nie den herr news time haten ist halt nur nicht gerade unbedingt gut so ich sag mal mager und dürftig recherchiert so ein video hochzuladen was dann am ende doch so viele menschen erreicht da waren halt doch schon inhaltlich sehr viele fehler drin aber so naja gut es ist mir boogie jo matze danke für die 5 euro grüße gehen raus so so